Hier ist schon der Name. Schau dann. Was soll denn das, die Drenge? Hinten anstellen, Fräulein. Bitte. Haben Sie nicht gehört? Kommen Sie, Fräulein. Was soll denn das jetzt? Dr. Ehrlich? Wie heißen Sie denn? Platz machen. Ida. Wie Ida? Haben Sie auch einen Nachnamen? Vorsicht. Sie hat Fieber, Schmerzen im winken Unterleib, Verdacht auf eine akute Appendizitis. Rufen Sie die Träger, sie muss sofort auf die Chirurgie. Aber das Fräulein hat doch bestimmt kein Geld. Sind Sie Selbstzahler oder auf Kasse? Selbstzahler kostet drei Mark am Tag. Das Fräulein hat vermutlich eine Blinddarmentzündung und der nimmt Sie zu Lehrzwecken auf. Professor von Bergmann wird Sie operieren. Aber der Professor ist ja nicht im Hause. Dr. Bering beherrscht die Technik ebenfalls. Nicht Dr. Bering. Wie bitte? Nicht Dr. Bering. Dann sind Sie in gutem Hemd. Für die träger sind Sie wohl nicht alle oddly, weil Sie für الس Voorheber. Vielen Dank.